Servus Leute, heute gibt's ein bisschen PvP auf Streets in meiner Lieblings-Area. Der Factory auf Streets ist auf jeden Fall, ja, da rund um den Marktroom ein schönes Gebiet und ist tatsächlich, ja, mein Lieblingsbereich und da ging's wirklich zur Sache. Da kam ein etwas größeres Team und, ja, wollte mir den Marktroom streitig machen, sag ich mal. Aber viel mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Schaut's euch einfach an, war auf jeden Fall ein guter Rate. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, wo sind wir denn? Minecraft? Okay, ich spiele mal Minecraft. Oder Fortnite. Der ist richtig ekelhaft, ja. Links ist irgendwas. Da war ein Granate-Kollege. Sag nicht, du bist da drin hocken geblieben. Ich bin mir ziemlich sicher, da liegt er. Jo. Ist einfach in der Granate hocken geblieben. Oh man, nice. Das ist nicht der beste Move. Nicht der beste Move. War sozusagen ein Body-Bait, ne? Ich habe ihn mit meinem Körper gebatet. Noch einer. Den habe ich eigentlich nicht gehört. So, wenn er gleich hier oben kommt. Noch zwei. Okay. Oh boy. Oh boy. Ich habe ihn gesandwiched. Nein. Oh boy. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte eh noch genug drin. Eine Nate noch. Oh, da ist er. Hätte nicht gedacht, dass es soweit vorne ist. Hätte nicht gedacht, dass es soweit vorne ist. Hätte nicht gedacht. 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 Oh Mann. Hätte nicht gedacht. 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 Soldi Bavarian, vielen Dank für den Follower willkommen. Ja, da ist einer zusammengesackt. Habt ihr gesehen am Fenster? So ein Headshot. Einer ist hier noch, ja, der unten. Shit. Granaten, come on, gib mir Granaten. Boah, du bist so nutzlos, man. Wieso hast du keine Granaten? Ich fand es gut. Kommentar-Rates, ja. Die kommen gut. Ey, Knäxler, alles gut. Bis bei dir. So. Ich glaube, er hockt hier unten. Oder er ist rausgelaufen, es war der am Fenster. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Rennt auf jeden Fall, Knäxe. Safe call. Eins, zwei, drei, vier. Könnte noch ein Fünfter sein. Gefällt mir nicht. Was ist, wenn er auf die Idee gekommen ist, irgendwo hinzuschleichen? Ich habe noch fünf gelegt. Eins, zwei, drei, vier. Stimmt, ich habe fünf. Ich habe fünf. Okay, wir riskieren uns und gehen hier einmal runter. Der sagt, dass die zusammengehören? Niemand. Hast recht. Sechs. Sechs. Gut, sechs. Auf geht's. So was, man klappt. Oh ja. Nett, funny. Fertigranaten. I see. Und du hast noch ein Backpack. I see. Ah, AP-63 rettet Leben. Bloß nicht dein eigenes, ne? Ist immer scheiße. Ich habe einen Start. Los geht es in die Situation. Das ist natürlich auch einige. So. Schlüssel. deste fluss. Träum. Beide. Schlüssel. 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 Ich habe davon genug auf Lager, deswegen lasse ich den liegen. Wir wechseln die Waffe. Okay. Okay. Ei, ei, ei. Dauert jetzt ein bisschen mit dem Loot. Müssen wir uns ein bisschen Zeit lassen, das hilft nichts. Komm an, dann mach's gut. Viel Spaß beim Couching. Man sieht sich. Oh, shit. Das war's mit dem Geräusch. Ja, was ist denn für ein Schundlootart blauer Laser? Das war's mit dem Geräusch. Gar kein Laser. Oh mein Gott. Jungs. Jungs. Der arme Kerl ist ein bisschen hingerichtet, ne? Ja, komm, jetzt knuspert man uns erstmal die Wurst rein. Haben. Ohne Mist, man killt mal am Anfang der Runde irgendwie sechs Spieler. Dann ist man den Rest der Runde mit dem Looten beschäftigt. Links haben sie eine grüne Flair für mich, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. 31er Rickets, hör doch auf. 31 haben wir auf der Weste. Was war der? Level 56. Cheap. So, haben wir alles weggedroppt? Das heißt, wir gehen jetzt als erstes zu dem Omen ins Haus. Halt, Markwunnen machen wir noch. Richtiges Luxusproblem hier, ja. Ey, okay, den wünsche ich dir auch. Servus. Mutant. Ohne Hersers. Wieso denn Waffen, Mann? Mutant, nehm mal mit. Das andere geht nicht. Wieso denn lauter Waffen? Hätt's jetzt hier nicht irgendwie... Doktor Case wäre jetzt gut gewesen. Irgendwie sowas. Na gut. Unten sind noch zwei, ich weiß, es sind noch drei. Es sind noch drei, die ich looten muss. Ich hoffe, hier hockt jetzt keiner mehr. Na, den haben sie leer gemacht, das ist klar. Könnte auch ein Scaff gewesen sein. Wir wissen, ob ich den hier oben hab. Glaub nämlich schon. Okay, hier ist gar keiner. Auf was habe ich hier geschossen? Hä? Oh, oh. Ich dachte, ich hätte einen gehabt, ey. Ich dachte, ich hätte einen gehabt, ich hab ihn nicht. Scheiße. Irgendwas habe ich hier geschossen. Und dann war's weg. Wir können sagen, dass hier noch einer gelebt hat. Und jetzt weiß ich was, was macht. Oh Mann. Oh Mann. Ja, 58, okay. Okay. Ich würde sagen, wir gehen. Reicht. Genug ist genug. Ich glaube, die haben alle... Ich glaube, das war eine Fünfer-Truppe, die ich da zerlegt hab. One on five in der Factory. Easy peasy. Da wird sich um Vasilide-Command gestritten. Okay, da hinten. Die können mich jetzt mal... Schau aus hier. So, wehe, Klima auf Street, du gehst nicht. Dann kriege ich die Krise. Okay. Raus hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt fünf oder sechs Kills waren. Auf jeden Fall war's ein guter Fight. Ah, komm, mach mal Hallo YouTube draus, oder? Ah, Hallo YouTube. Verewigt euch mal. Alle mal Hallo YouTube im Chat. Könnte doch guter Content sein. So, naja, wir sehen. Ja, waren fünf Kills. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Fünfer-Gruppe war. Wer war der? Ach, das war der Gelootete, ne? Das war der Gelootete. Ziemlich sicher war das eine Fünfer-Gruppe. Na gut. Na gut, machen wir hier einen Marker. Passt. Immer. Auf geht's. Bein Liam. Untertiteln. Vielen Dank.